So, howdy Leute! Also, wie sich das öfters jetzt gewünscht worden ist, werde ich heute mit euch, also macht euch schon mal darauf gefasst, heute ist das Ganze so ein bisschen Theorie. Wir werden heute mal alle Waffen, die ihr craften könnt, werden wir hier mal durchgehen. Ich werde euch meine Einschätzung dazu sagen, wie ich sie craften würde. Also die meisten davon habe ich tatsächlich auch gespielt und das ist halt meine persönliche Einschätzung. Nicht vergessen, wir müssen immer daran denken, das ist auch immer so ein Teil subjektiv, weil der eine spielt vermehrt diesen Content, der eine spielt vermehrt diesen Content. Und je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel einen Spitzenreiter spiele oder ich spiele einen Raid oder sowas, kann das von den Perks durchaus variieren. Dann auch nochmal kurze Info. Ich meine, die meisten, die mich jetzt schon seit Beginn verfolgen oder auch schon länger verfolgen, wissen, dass meine Kompetenz den PvE-Bereich nicht überschreitet. Also natürlich, ich kann auch ein bisschen PvP spielen, aber ich bin im PvP, sage ich ganz ehrlich, nicht so deep drin, dass ich mir da für jede Waffe irgendwie eine Beurteilung erlauben würde. Deswegen ist natürlich die ganze Bewertung, die ich hier abgebe, ist auf PvE bezogen und da auf jeglichen Content. Ich habe das ja letzte Season auch schon gemacht. Da musste ich das natürlich noch an der Playsee machen. Da habe ich dann immer quasi eine Waffe genommen, habe euch dann erzählt im Video, die und die Perks würde ich nehmen, konnte euch das aber nicht zeigen. Und habe dann ein bisschen Gameplay gezeigt. Da ich jetzt am PC bin, ist das Ganze natürlich ein bisschen unproblematischer. Wir werden, ich benutze jetzt hier bewusst LightGG und nicht Gunsmith, weil hier kann ich euch die deutschen Namen dann auch zeigen, weil ich, soweit ich weiß, die meisten von euch spielen halt auf Deutsch, zumindest in meiner Community. Und das wollen wir auch beibehalten. Deswegen nehme ich natürlich auch die deutschen Namen und das haben wir halt bei LightGG. Ja, und ich werde mit euch die Primaries durchgehen, die Spezialwaffen durchgehen und die Heavies durchgehen. Ich werde dann natürlich auch noch ein Video machen, wo ich mich dann um die anderen neuen Waffen von Witch Queen drum kümmere. Heute werden wir uns darauf fokussieren, dass wir nur erstmal die Waffen nehmen, die ihr craften könnt. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange drumrum, sondern fangen direkt an. Heavy haben wir als erstes den Granatwerfer, Verdammung. Ja, das heißt, machen wir den mal eben so hier, da haben wir Verdammung. Granatwerfer, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht mehr so drin. Habe ich halt schon sehr lange nicht mehr gespielt, weil sie halt auch lange keine Meter waren. Aber was ich halt meistens immer nehmen würde, ist, wo haben wir es denn? Entweder einen Linearkompensator, ja, oder auch, wo sind sie? Schnelle Schüsse ist auch okay, harte Schüsse. Ich bevorzuge auf Raketenwerfern und auch auf Granatwerfern meistens harte Schüsse, weil bei einem Granatwerfer, dadurch, dass ihr mehr Geschwindigkeit habt, habt ihr eine etwas geradere Fluglinie von dem Geschoss. Und wenn ihr Gegner habt, die sich hin und her bewegen, habt ihr natürlich durch die erhöhte Geschwindigkeit auch ein etwas verkleinertes Risiko, dass die Gegner das dodgen. Ja, das ist beim Raketenwerfer, ist das für mich persönlich sehr wichtig. Ich meine, das kann jeder anders handhaben. Aber ich bevorzuge da tatsächlich immer Geschwindigkeit. Dann Spitzgranaten ist klar. Für mehr Volltrefferschaden. So, was haben wir hier? Mörderischer Wind, nein. Pulsmonitor, nein. Auf alles gefasst wäre eine Option. Ja, wenn man sich dugt, habt ihr halt schnelleres Nachladen. Ensemble ist natürlich auch gut, wenn ihr zusammenspielt, weil dann habt ihr auch Nachladegeschwindigkeit. Fixer Zug brauchen wir nicht. Aber natürlich jetzt hier Clown-Patrone. In dem Fall würde ich bevorzugen. Wenn er denn halt Clown-Patrone hat, dann würde ich das auch bevorzugen. Was haben wir dann hier? Urquell, das gibt uns Fähigkeitenenergie. Gefahrenzone gibt mir Explosionsradius. Rückhol-Aktion. Was haben wir? Dreschen, Einer für alle. Und Kettenreaktion. Ja, ganz schwierig. So rein für Boss-Damage-mäßig ist das jetzt alles nicht so. Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn es jetzt hier nicht markiert ist, wenn ihr das Ding jetzt zum Beispiel für Ad-Clean nimmt, klar, Kettenreaktion. Auf jeden Fall sehr gut. Dann ist natürlich Einer für alle. Wenn ihr irgendwo auf einen Edge schießt, da stehen meistens auch nochmal Edge drumherum. Und die trefft ihr dann natürlich auch damit. Das heißt, wenn wir drei verschiedene Ziele treffen mit Einer für alle, haben wir, okay, hier steht 5 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das mal geändert worden ist. Ich kann das eigentlich noch als 10 Sekunden plus 35% Damage. Das ist aber natürlich, ich persönlich finde das ganz nice, aber dann eher auf meinen Spezialgranatwerfern, die ich spiele. Urquell ist halt sehr nice für die ganzen Abilities, da wir mittlerweile in dieser Season sowieso sehr Ability-based sind, gerade mit Void 3.0, ist das natürlich auch nice. Und dann haben wir halt den Psycho-Werk drauf, aber der ist halt sowieso drauf. Also im Endeffekt wären es bei mir harte Schüsse, Spitzgranaten, Clown-Patrone. Und ich würde wahrscheinlich dann hier sogar, ja, wahrscheinlich würde ich Kettenreaktion nehmen. Also das ist ein Granatwerfer, den ich euch jetzt für Boss-Damage dann halt sowieso nicht empfehlen würde, weil wir haben hier keinen Perk. Wenn wir jetzt nur einen einzelnen Boss haben, haben wir nichts, wo wir das mit proggen können. Deswegen würde ich euch den nicht empfehlen. So, gehen wir weiter mit dem Linear-Fusionsgewehr katastrophal aus dem Raid. Da kann ich euch natürlich schon mehr zu sagen, weil das habe ich selber ausgiebig getestet. Ja, ich habe da ja auch schon ein Video zu gemacht. Da habe ich das Ganze mit fokussierter Raserei getestet, gegen meine Godwell Reads. Ja, meine Reads dann halt mit Dreifach- und Schützenlinie, was natürlich nur proggt, wenn ihr im Feierteam unterwegs seid. Und da war das Ganze schon mit aller guten Dinge sind vier, ja. Also bei schnell aufeinanderfolgenden Präzisionstreffer werden zwei Geschosse ins Magazin zurückgegeben. Und wo haben wir es? Fokussierte Raserei, ja. Gebt euch 20% mehr Damage, wenn ihr 50% des Magazins Prezi getroffen habt. Und das ist natürlich bei Bossen ist das relativ simpel, gerade wenn ihr dann auch zum Beispiel mit einer Göttlichkeit spielt, um die 30% lieber freien zu holen. Deswegen, also Lauf ist jetzt beim Linearfusionsgewehr erstmal so Geschmackssache, ja. Da kann man natürlich ein bisschen mehr Range, gebt euch passiv ein bisschen mehr Aim Assist, ja. Da könnt ihr dann halt gucken, was ihr da bevorzugt. Dann hätten wir hier die verbesserte Batterie, um das Magazin zu erhöhen. Ja, dann hätten wir ein 6er Magazin. Dann hätten wir hier, aller guten Dinge sind vier und fokussierte Raserei. Ja, die anderen Perks habe ich auch alle getestet. Clown Patronen habe ich auch getestet. Da habe ich auch ein Video zugemacht, das habe ich aber noch nicht hochgeladen. Das war schlechter als mit fokussierter Raserei, wobei es auch relativ gut noch war und auch fast dran war. Von daher, wie gesagt, nehmt den Lauf, der euch halt beliebt. Dann nehmt halt verbesserte Batterie oder ionisierte, wie auch immer. Wobei, warte mal, lass uns mal eben ganz kurz gucken, wo ist nochmal die verbesserte Batterie? Ja, hier habt ihr halt einen Malus drauf bei der ionisierten Batterie. Deswegen verbesserte Batterie. Dann aller guten Dinge sind vier und fokussierte Raserei. Das wäre der Godwall. So, dann hätten wir als nächstes Trefferserie. Das ist ein MG. So, Trefferserie. Ein Stasis-MG, was natürlich generell erstmal ganz cool ist. Je nachdem, wenn ihr dann auch irgendwie mit Stasis spielt oder sowas und mit Fund of Might oder sowas, könnt ihr dann nochmal ein bisschen mehr Damage rausholen und tatsächlich lässt sich Fund of Might für Stasis lässt sich relativ leicht procken halt. Also wenn ihr dann halt irgendwie eine Stasis-Ult mit dem Jäger oder sowas, da gibt es einen Mod, wo ihr dann quasi Elementarquellen erzeugt, nur durch das Benutzen der Super. Und damit kann man dann halt relativ gut auch den Boss-Damage erhöhen, auch wenn ihr da jetzt nur einen Boss habt und ihr habt da jetzt keine Ads, wo ihr dann irgendwie Quellen erzeugen könnt. Deswegen ist das nicht schlecht. Was halt cool ist bei diesem MG, ist der Perk Landpanzer. Ja, und zwar macht er den jetzt auf. Warten auf Light GG. Okay, ja, wir können auch hier gleich nochmal gucken. Da steht es ja auch schon. Okay, alles klar. Bei einem MG, also wie gesagt, Lauf, ich sage das immer wieder, das ist wirklich Geschmackssache. Ja, der eine nimmt ein bisschen mehr Stabi, dann kommt es auch darauf an, auf was für ein System ihr seid. Deswegen werde ich jetzt nicht immer was zu dem Lauf sagen, sondern ich sage die Perks, die auch wirklich das Ganze beeinflussen, also quasi ab der zweiten Spalte, wo ich dann natürlich verbesserte Geschosse nehmen würde, einfach damit wir mehr Range haben. Wobei ich finde, ein weitmündiger Magazinschacht, der euch 13 Nachladetempo gibt, ist jetzt auch nicht so verkehrt auf dem MG. Und stabile Geschosse, wenn ihr mehr Stabi braucht, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, aber generell würde ich immer verbesserte Geschosse nehmen, wobei ich auch öfters mal, gerade auf MPs oder sowas, ein Freund bin vom weitmündigen Magazinschacht. Ja, ich weiß, das wird hier nicht registriert und das ist halt das, was ich meine. Man, also Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, natürlich, wenn wir auf Raw Stats gehen, verbesserte Geschosse, mehr Range, gleichzeitig auch mehr Aim Assist. Also von daher, gehen wir nach der Reihentheorie, nach den theoretischen Fakten, würdet ihr hier verbesserte Geschosse haben wollen. Dann haben wir hier Ursprung, Stats für alle, Auskommen. Ja, Auskommen ist natürlich auf einem MG auch relativ nice, weil ihr halt ein großes Magazin habt. Dementsprechend könnt ihr natürlich dann wirklich lange damit rumballern, vor allem, weil ihr killt das auch schnell damit, wenn ihr jetzt wirklich auf Ads geht damit. Deswegen würde ich hier wahrscheinlich schon Auskommen bevorzugen. Als Boss-DPS-Waffe nimmt man das sowieso nicht. Dann hätten wir hier Schützenlinie. Ja, das gibt uns 20% mehr Damage, wenn wir zwei Verbündete noch mit dabei haben. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Tipp mal an, würde ich jetzt nicht nehmen. Grabstein, finde ich persönlich sehr, sehr nice. Gerade wenn ihr ein Stasis spielt. Zusätzliches Stasis-Synergie. Ihr wisst es von meinen Stasis-Builds. Ich spiele fast immer mit Primaries, die Grabstein haben, weil uns das nochmal einen ganzen Batzen Synergie dazu gibt. Dann ist aber auch ein Offen-MG. Einer für alle ist sehr leicht zu proggen. Ja, ihr schießt halt eben mal kurz drei an. Raserei. Ja, viele lieben den Perk. Ich mag den jetzt nicht so, weil wir sehen ja auch, wenn ihr fünf Sekunden kein Damage mehr macht oder kein Damage mehr bekommt, dann ist dieser Perk auch abgelaufen und dann habt ihr halt auch, wobei, ich glaube, es gibt keine Cooler und ihr könnt ihn danach direkt wieder proggen. Aber, wie gesagt, nach fünf Sekunden, wenn ihr da nichts abbekommt, ist er halt raus. Mein persönlicher God-Wall wäre verbesserte Geschosse auskommen und Grabstein. So würde ich mir die machen. Vor allem Grabstein ist ein bisschen wie Libelle. Ihr wisst das, ihr macht einen Prezi-Kill. Da erscheint ein Stasis-Kristall. Den zerschießt ihr. Der shaddert und killt natürlich die Äts, die dann drumherum stehen auch. Also ist ein bisschen so wie Libelle. So, Palmyra B. Auch da, auch den habe ich selber gecraftet. Für den Izanagi Swap, ja, also Palmyra B. Der Stasis-Raketenwerfer. Und auch da, sage ich euch jetzt schon, da scheinen sich die Geister. Und zwar, ich würde auf jeden Fall harte Schüsse nehmen. Einschacksgehäuse gibt uns nochmal 10% mehr Impact Damage. Da steht auch zum Beispiel Overall plus 2,2 Damage. Also für maximalen Damage wollt ihr Einschacksgehäuse haben. Was hier auch viele machen, das weiß ich, ist legiertes Gehäuse. Weil, wenn ihr dann alleine unterwegs seid und ihr jetzt nicht gerade in einem Brunnen mit Luna Boots steht, ja, wo ihr dann sowieso schon gemäxtes Nachladetempo habt, dass die halt legiertes Gehäuse nehmen für eben fast diese 30 Nachladetempo. Das könnt ihr machen, wenn ihr aber maximal Damage wollt, müsst ihr da Einschacksgehäuse nehmen. So, dann den Selbstladehalter auf jeden Fall. Gerade, wenn ihr dann mit der Izanagi zusammenspielt, ihr schießt mit der Izanagi, ihr schießt mit dem Raketenwerfer, ihr wechselt zur Izanagi, in der Zeit lädt sich der Raketenwerfer wieder nach und ihr rotiert halt die ganze Zeit so hin und her. Deswegen da für mich auf jeden Fall der Selbstladehalter, ambitionierte Assassine und der ganze andere Mist, das ist im Endeffekt nur was für Adclear. Gut, Impulsverstärker, weiß ich, gibt es auch noch mal manche, die das relativ gerne mögen, bewegt eine deutlich erhöhte Projektilgeschwindigkeit und verbessert das Nachladetempo. Ja, wie gesagt, erhöhte Projektilgeschwindigkeit ist natürlich dann Risikominimierung, wenn ihr einen Boss habt, der sich relativ fix bewegt, dass ihr den halt verfehlt. Ja, aber für mich hier auf jeden Fall den Selbstladehalter und jetzt kommen wir eben zum Knackpunkt, wo sich die Geister scheiden. So, jetzt gibt es die eine Hälfte, die schwört auf bleibender Eindruck. Ja, Raketen bleiben beim Aufprall haften und explodieren mit Verzögerung und dann haben wir explosives Licht. Wenn du eine Sphäre der Macht aufhebst, erhöht sich der Explosionsradius und Schaden des nächsten Projektils. Ihr seht auch, ihr könnt sechs Stacks aufbauen und dann seht ihr halt hier auch den Damage, den ihr dazu bekommt. Ja, 25% Damage. Das ist auf jeden Fall der höchste Boost, den ihr auf dem Raketenwerfer haben könnt mit explosives Licht. So, jetzt gibt es folgenden Nachteil bei explosives Licht und zwar explosives Licht synergiert oder stackt nicht zusammen mit dem Buff Rudelgeschosse. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel einer Gerlachorn spielt, dann ist das schon wieder nicht so geil, weil ihr quasi einen Perk verschenkt. Ja, einen Bonus. So, das ist der Nachteil bei explosives Licht. Wenn wir jetzt bleibender Eindruck nehmen, ja, dann haben wir da für mich einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil und zwar ist es so, wenn die Damage-Phase beginnt, ihr schießt den Raketenwerfer, dann habt ihr im Endeffekt von Beginn der Damage-Phase bis zur Detonation der Rakete diese Sekunden, die habt ihr schon verschenkt, also die drei Sekunden, ja, drei Sekunden habt ihr schon verschenkt. Drei Sekunden, wo ein Damage-Fenster ist, wo ihr schon hättet mit einem Raketenwerfer einmal schießen können und der hätte halt schon, der wäre halt schon explodiert. Dadurch habt ihr natürlich, ja, weil vor allem Flugbahn, also das Projektil muss erst da hinfliegen, dann dauert es nochmal drei Sekunden, bis das prockt, habt ihr also verschenkt. Und dann zum Ende der Damage-Phase, ja, wenn ihr jetzt nicht gerade die Sekunden mitzählt, ja, und die genaue Sekunden kennt von einer Damage-Phase, dann schießt ihr unter Umständen zum Ende der Damage-Phase eine Rakete und die detoniert erst, wenn der Boss schon immun ist, ja, das heißt, wenn die Damage-Phase schon vorbei ist, detoniert die Rakete und damit habt ihr dann den Damage auch schon verschenkt, ja, und das ist natürlich bei einem Raketenwerfer schon eine Menge, die ihr dann verschenkt. Deswegen, sage ich persönlich, bin ich überhaupt kein Fan von bleibender Eindruck, ja, noch nie gewesen, auch in Spitzenreiter, Champions, ja, ich weiß, man kann zum Beispiel jetzt bei einem Unauffallsam, ich schieße die Rakete, Stunt den danach direkt, dann passt das, aber auch da ist es so, wenn ihr in einem Barrier, wenn ihr spielt mit zwei Leuten und ihr müsstet euch so penibel, äh, so penibel absprechen, ja, dass, ähm, also vom Timing her, weil es kann sein, du schießt deine Rakete drauf, jetzt hast du gar nicht gesehen, der eine hat den vorher schon runtergeschossen, schießt jetzt aber gerade nicht weiter, soll die Barriere geht hoch, deine Rakete ist drauf, detoniert, während die Barriere oben ist, Damage verschenkt. Ihr wisst, was ich meine, ich will, ich will diesen Perk hier keinem schlecht drehen, dieser Perk ist gut, ja, und, ähm, den könnt ihr sicherlich spielen, ich glaube, Damage-mäßig zwischen den beiden ist, äh, die Differenz, die ist halt marginal, aber ich habe euch jetzt meine Nachteile zu den beiden Perks gesagt und warum ich mich halt gegen bleibende Eindruck entscheide. Wie gesagt, keine, das, das, das Trigger-Warnung hier, das ist immer auch ein bisschen subjektiv, ihr könnt das machen, wie ihr das wollt, das ist meine Einschätzung dazu, ihr habt danach gefragt und deswegen mache ich das auch genau so, ja, das wollen wir nur mal ganz kurz, ähm, klären. So, dann ist natürlich auch gut, ihr habt hier, äh, den Haker-Attribut drauf, ja, da seht ihr auch hier, ähm, dass ihr mehr Damage gegen Vehicles, Turrets, Barricades, Stasis-Kristall, ja, also gerade Vehicles, wenn ihr irgendwie einen Boss habt, der als Vehicle zählt, ist das nochmal ganz nice mit dem 15% drauf. So, damit haben wir die Heavies durch. Fangen wir an mit den Primaries, da hätten wir, ich habe mir die alle rausgeschrieben, damit ich nicht jedes Mal ins Spiel in meine Sammlung gehen muss und hier hin wieder zurück, hätten wir Begebenheit, ja, so, ein Automatikgewehr, ein Arcus-Automatikgewehr, müsste glaube ich ein 600er sein, oder? Ne, gar nicht wahr, warte mal. Jetzt lasse ich mich erstmal gucken, wo steht denn hier die Feuerrate? Bin ich jetzt hier gerade blind? Ne, ist glaube ich 4, 4,50 oder was ist das, wa? Ähm, Ja, kann sein, langsames Feuer, ach ne, warte mal, das ist dann glaube ich sogar noch langsamer. Ja, genau, Feuerrate ist es 360, genau, stimmt, Durchschlagen ist 360. So, das erstmal vorab, ist das sowieso schon mal gar nicht der Archetyp, den ich mag und den ich auch nicht gut finde, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, also, ähm, wie, die Leute, die meine, meine Waffenreviews aus der letzten Season zum Beispiel gesehen haben, die wissen, ich bin ein Fan vom Feuerrate im PVE und ich halte höhere Feuerrate auch immer besser als ein bisschen mehr Impact Damage, ähm, von daher, das ist aber auch wieder so eine kleine Geschmackssache, ja, aber ich finde 600er und 720er um ein Vielfaches besser als eben die langsameren Automatikgewehre. So, dann gucken wir, bei einem Automatikgewehr kann man natürlich schon gucken, sowas wie Kleinkaliber spiele ich da zum Beispiel sehr gerne, ja, das ist so ein guter, guter Overalllauf, hier habt ihr erhöhte Reichweite und erhöhte Stubby, aber auch, wie gesagt, hier Korkenzieher ist halt ganz nice, äh, gerade mit Handhabung, wenn ihr dann irgendwie noch eine Speziwaffe dazu spielt, einen Blendgranatwerfer oder sowas, ja, das ist ganz cool, aber da wollten wir ja gar nicht so großartig drauf eingehen, auf jeden Fall, verbesserte Geschosse würde ich dann natürlich dann wählen, dann würde ich bei dem Ding wahrscheinlich auch wirklich dreifach wählen, ja, dadurch bekommt ihr durch erzielte Präzisionstreffer ein Projektil ins Magazin zurück, wir hätten natürlich auch noch, was hätten wir hier, ähm, ja, der ist natürlich Käse, Ursprung, ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht so toll, Beuteschuss ist auch scheiße, Stats für alle könnte man natürlich auch noch nehmen, ja, einfach für den, äh, zusätzlichen Damage Boost, ähm, ne, gar nicht wahr, Stats für alle ist jetzt, äh, habe ich jetzt gerade vertauscht mit einer für alle, sorry dafür, und, äh, Perpetuum, äh, da könntet ihr, ähm, was haben wir da nochmal, die Waffe erhält mehr Stabilität, bessere Handhabung und ein schnelleres Nachladetempo, wenn der Waffenträger in Bewegung ist, ja, wenn ihr viel Strafe beim Schießen und sowas, wäre das tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht, aber da das langsam schießend ist und die auch eigentlich sehr leicht zu, äh, zu kontrollieren sind, würde ich hier auf jeden Fall für dreifach gehen und, jetzt kommt es, das ist das Gute daran, an diesem Automatikgewehr, da kommt auch gleich noch ein Scoutgewehr, was das auch haben kann, adaptive Munition, diese Waffe passt im Einsatz gegen Energieschilde, die nicht dem Schadenstyp der Waffe entsprechen, die verursachte Schadensleistung und die Effektivität an, das ist ziemlich, ziemlich geil und ihr seht auch hier die normalen Prozente und ihr seht dann halt auch die Prozente von der verbesserten Variante und das ist eine Menge, das ist eine Menge, ja, also das ist wirklich, wirklich stark, gerade auf dem Scout ist das stark, da reden wir aber gleich drüber, wenn ihr dann zum Beispiel gegen Anti-Barriere-Champions spielt, ja, also das heißt, ihr könntet hiermit auch ein Element ignorieren, weil eben dieser Perk so krass ist, deswegen würde ich persönlich für dreifach und adaptive Munition gehen, natürlich, wenn ihr jetzt die, die Schildsache erstmal ignoriert, ja, könnt ihr natürlich, Libelle ist immer gut für Ad-Clear, ja, aber auch nur, wo ihr dann halt Ad's habt, die auch wirklich davon sterben, wenn ihr jetzt irgendwie Spitzenreiter spielt oder sowas, bin ich jetzt nicht mehr so der Fan von Libelle, dann haben wir einer für alle, ja, das ist das, was ich gerade meinte und zwar 35% mehr Damage, wenn ihr drei Ziele anschießt, ja, dann goldener Dreispitz bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil das sind immer so Sachen, da müsst ihr halt erstmal wieder was beachten, um das zu bekommen, deswegen wäre hier mein Wall, wie ich nehmen würde, ja, jetzt mal unabhängig vom Lauf, würde ich verbesserte Geschosse nehmen, würde ich dreifach nehmen und würde adaptive Munition nehmen, ja, weil den finde ich richtig gut, klar, Automatik-Wer ist dieses Season nicht für Anti-Barriere-Champions, ja, das heißt, damit hättet ihr jetzt nur einen Bonus im Endeffekt gegen andere Element-Schilder, aber das ist trotzdem ganz nice, gerade wenn ihr mal nicht jedes Element mitnehmen wollt, so, dann hätten wir Süßer Schmerz, ja, Süßer Schmerz, so, das müsste glaube ich ein 720er sein, ja, genau, das finde ich auch eigentlich sehr nice, ja, ist ein Arcus, Arcus-Automatik-Gewehr, so, da würden wir dann nehmen, ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen, damit ihr nicht so ewig lange da rum eiert, da würde ich verbesserte Geschosse nehmen, da würde ich dreifach nehmen und da würde ich Demolierer nehmen, ja, das ist meine Wahl, die ich da spielen würde, erstens, Demolierer ist ein sehr, sehr starker Perk, weil wir eben im Moment in einer, in einer Meta sind, wo Granaten essentiell wichtig sind, finde ich, oder das Leben essentiell einfacher machen, gerade jetzt, ob wir jetzt an Void denken, wobei ihr natürlich durch die Builds, so wie ich sie auch baue, meistens Granaten schon wieder bekommt, aber wenn es halt eben mal nicht so klappt, habt ihr dadurch eine Waffe, wo ihr dann mit Kills nochmal Granatenenergie erzeugen könnt, oder auch, wenn ihr zum Beispiel, wie mal beim Stasisjäger-Bild, wenn ihr nicht ganz so viel auf Granatenenergie baut, sondern auch ein bisschen mehr auf Resistenzen, dann könnt ihr das ein bisschen ausgleichen damit, ja, Propalwaffe, na, ist halt 20% gegen, ähm, also ist halt 20% erstmal auf der Primary, ja, triggert dann auch zum Beispiel gegen Champions und sowas, äh, Automatikgewehre sind ja jetzt für Überlader dieses Season, ja, könnte man auch nehmen, fokussierte Raserei würde ich jetzt auf keinen Fall nehmen auf dem Automatikgewehr, weil wir müssen dann erstmal die Hälfte des Magazins Präzisionsschaden machen, das ist natürlich so, hm, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, einer für alle ist natürlich auch dezent, ja, also ihr könntet, ihr könntet auch, ähm, ja, ne, Demolierer, Demolierer wäre meine Wahl, also verbesserte Geschosse, dreifach Demolierer wäre meine Wahl, ähm, alternativ könntet ihr dann halt Vorballwaffe auch noch nehmen, wenn ihr ein bisschen was gegen Champions haben wollt oder halt einer für alle, so, süßer Schmerz, dann hätten wir das blaue, den Bogen, das blaue vom Himmel, so, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich kenne die Symbole nicht immer alle aus, genau, die Polymersehne hätten wir da, aber, ne, warte mal, wo ist es denn, doch, genau, Polymersehne, ich spiele immer Polymersehne auf Bögen, sofern sie verfügbar ist, oder, die, ähm, warte mal, bop, 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 ne, bei dem würde ich jetzt tatsächlich, ja, flexible oder Polymer würde ich nehmen, weil, Anspannzeit, minus 36, ja, das ist immer gut, weil wir wollen ja halt auch schneller schießen können, deswegen kann ich euch die beiden auf jeden Fall empfehlen, flexible oder die Polymersehne, obwohl, ne, ah ne, hier, das war es, elastische, ja, genau, die könnt ihr auch nehmen, um die 7 Präzision würde ich mir jetzt keinen Kopf machen, also das ist eigentlich schon ganz gut markiert hier, diese 3 Sehnen, die könnt ihr auf jeden Fall nehmen, so, dann haben wir den Carbon Fallscharf, jetzt lassen wir eben, bop, 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 gerades Gefieder, kompakter Fallscharf, Rezi Stabi, ähm, da würde ich auch, da gehe ich meistens glaube ich auch auf Carbon Fallscharf, ja, wobei, modernes Gefieder ist jetzt auch nicht so schlecht, ähm, Präzision sorgt ja im Endeffekt dafür, so ein bisschen, eine größere Hitbox, sagen wir es jetzt mal so, ähm, ja, ja, doch, da würde ich schon, also das könnte ich schon so nehmen, wie die das hier markiert haben, ja, also ich bin da eher so ein Fan von Carbon Fallscharf, ne, nicht Quatsch, nicht Carbon Fallscharf, äh, sondern den, den, äh, Glasfaser würde ich nehmen, ich bevorzuge da Prezi statt Stabi, weil ich finde Stabi auf dem Bohrung braucht man nicht, ähm, genau, ja, das, das würde ich nehmen, ja, ja, das ist, wenn man die ganzen Symbole nicht auswendig kennt, ich muss hier gerade selber da erstmal eben gucken, aber ja, doch, Glasfaser Fallscharf würde ich nehmen, dann würde ich hier auf jeden Fall Tempo des Schützen nehmen, da bin ich mir wieder sicher, und, ähm, dann würde ich explosive Spitze nehmen, ja, ihr kennt das aus meinen Bohrung Reviews aus der, aus der letzten Season, Tempo des Schützen, explosive Spitze, da gibt es für mich nichts Besseres, ja, da braucht man auch überhaupt nicht drüber diskutieren, ja, das ist mein absoluter Gottwort, immer Tempo des Schützen und explosive Spitze auf dem Bohrung, der das haben kann, ja, also hätten wir jetzt hier auf jeden Fall die elastische Sehne, ähm, Glasfaser Pfeilschaft, dann hätten wir Tempo des Schützen und explosive Spitze, warum explosive Spitze? erstens ohne, dass ich das jetzt alles durchlesen muss, ähm, erstmal ihr staggert Gegner, ja, das heißt, ihr schießt, die Explosion kommt, und die werden so, also staggern ist halt so zurückgeschlagen, ja, und in diesem Moment können sie halt nichts machen, ja, und wenn ihr dann halt die ganze Zeit drauf schießt, staggert ihr einen Ed einfach die ganze Zeit so lange, und er kann halt überhaupt nichts machen, weil er immer so zurückgeworfen wird, durch die Explosion, ähm, dann haben wir noch, was haben wir denn hier noch, ja, kein Damage-Fall-Off, das ist klar, ähm, deswegen ja auch zum Beispiel, äh, Explosiv-Ladung auf den Scout-Gewehren, nämlich auch immer, ja, weil ihr habt halt eben kein Damage-Drop-Off, und gerade in sowas wie Spitzenreiter, arbeitet ihr meistens schon auf ein etwas hoher Range, mit solchen Waffen, und dann habt ihr wenigstens die Explosion, die vollen Schaden macht, ja, so, das wäre das Blaue vom Himmel, dann hätten wir unter deiner Haut, das wird ja witzig, da muss ich da erstmal gucken, dass ich dann, äh, nachher erstmal die ganzen Timestamps setze, weil, ähm, damit ihr dann hier nicht die ganze Zeit suchen müsst, äh, was habe ich jetzt gerade gemacht, Quatsch, da wollte ich das auch gar nicht eingeben, sorry dafür, das ist natürlich hier, ähm, jetzt schon relativ viel, deswegen unter, ach, was schreibe ich denn hier, Leute, es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid, unter deiner Haut, so, unter deiner Haut, ist ein leere Bogen, was schon mal sehr nice ist, gerade jetzt für Void 3.0, und, ach genau, das wollte ich ja vorhin noch, das wollte ich vorhin noch bei dem MG dazu sagen, so Landpanzer, ja, mit dieser Waffe erzielte Todesstöße, gewähren erhöhte Belastbarkeit, und zusätzliche Schadensresistenz gegen Kämpfer, so, ihr seht schon, wir bekommen plus 10 Belastbarkeit dazu, wir bekommen plus 5% Damage Resistance nochmal dazu, ähm, pro Stack, ja, das heißt, wir können 3 Stacks haben, wären dann 15% Damage Resistance, ja, und wenn ihr dann überlegt, wenn ihr jetzt noch sowas wie Thermoschockpanzerung oder sowas stackt, ja, da habt ihr dann auch nochmal mit 2 Stacks, also wenn ihr 2 Monster von drin habt, um die 46% Damage Resistance für das jeweilige Element, das ist schon ziemlich gut, ja, deswegen ist der Landpanzer generell, ist schon ein sehr nicer Perk für PvE, wenn er mit an Bord ist, so, was haben wir hier, ja, genau, die haben es hier auch, die flexible Sehne, ja, dann haben wir hier noch die Polymersehne, und auch hier haben wir die elastische Sehne, so, das ist eigentlich das gleiche, wie gerade bei dem einen, so, deswegen gehen wir direkt hierüber, so, was kann er haben, unnachgiebig, ja, auf dem Bogen, würde ich jetzt nicht machen, weil ihr spielt da sowieso auf Range, da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen mit dem Bogen, das heißt, auch hier haben wir Tempo des Schützen, und auch hier haben wir explosive Spitze, was hätten wir da noch, Rückholaktion, dann hätten wir noch erster Schuss, Libelle, okay, Libelle könnte man natürlich auch spielen, ja, wenn ihr ein bisschen mehr Ad Clear haben wollt, erfolgreiches Warmlaufen, ah, nee, stimmt, ja, der ist auf jeden Fall auch nice, ja, ähm, habe ich gerade gar nicht, habe ich gerade gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob der das davor auch hat, da müssen wir gleich nochmal gucken, sorry, ähm, der ist auf jeden Fall auch sehr nice, weil, ähm, ich stehe halt auf Spanntempo, das heißt, ihr könnt da relativ schnell mit schießen, ja, was ihr ja im Endeffekt, ähm, aber hier durch Tempo des Schützen halt auch hat, deswegen würde ich jetzt hier auf jeden Fall immer noch explosive Spitze vorziehen, oder, was halt noch sehr, sehr nice ist, dann auch adaptive Munition, gerade jetzt, weil Bogen ist ja Anti-Barriere, ja, das wisst ihr, das heißt, hier könntet ihr euch auf jeden Fall auch ein machen mit adaptiver Munition, weil damit hättet ihr dann natürlich auch diesen Bonus gegen Anti-Barriere-Champions und halt auch gegen die Element-Schilder, ja, also, Tempo des Schützen und explosive Spitze, oder wenn ihr wirklich so einen Bogen haben wollt, so der ein bisschen Champion-based ist, ja, dieses Season, könnt ihr euch auf jeden Fall auch Tempo des Schützen und adaptive Munition machen. So, next one, da hätten wir heimtückisch, ja, das Weight-Impuls, heimtückisch, da haben wir es doch schon, so, schauen wir uns das mal an, ja, ist ein Arcus-Impuls-Gewehr, 450er Feuerrate, genau, aggressives Gehäuse, also so wie der Bote zum Beispiel, so, und, ähm, wir reden natürlich, denkt dran jetzt, wir reden über PvE, ich rede jetzt nicht über PvP, ja, das, äh, überlasse ich anderen Leuten, die sich da mehr auf, äh, mehr in Fokus gesetzt haben, so, deswegen, schauen wir mal direkt, natürlich, verbesserte Geschosse, wie immer, gerade jetzt auf dem Impuls, ja, ähm, dann, was hätten wir da, wir hätten die Bälle, ja, Nice für AdClear, unaufhaltsamer Nachlader, braucht kein Mensch, Stats für alle, ja, Treffer gegen drei verschiedene Ziele, verbessern Waffen, Handhabung, Stabi, Nachladung und Reichweite, für eine mittlere Zeitdauer, das ist natürlich jetzt nicht kacke, aber wenn ich jetzt schon sehe, dass wir in diesem Slot, wenn du mit Waffen oder Fähigkeiten Todesschüsse erzählst, während diese Waffe galt, äh, hinsichtlich einer Handhabungstellung, na, würde ich jetzt auch nicht nehmen, ich würde hier wahrscheinlich auch wieder Demolierer wählen, dieses Season, zumindest, wenn ihr auch ein Bild habt, wo ihr auf eure, eure Granaten spielt, ein sehr nicer Perk, schnell aufeinander folgende Präzisionstreffer, erhöhen Stabilität und Nachladetempo, oder wir hätten Aufheizen, Todesschüsse mit dieser Waffe, erhöhen die Präzision, sowie die Stabilität und verbessern den vertikalen Rückstoß, das ist auch ein sehr, sehr nicer Perk, ja, spiele ich auch ganz gerne, aber ich würde hier, würde ich für Demolierer gehen, für PvE, ähm, PvP ist das natürlich was anderes, ähm, oder ich würde halt auch für Schnelltreffer gehen, so, da muss ich aber auch dazu sagen, Libelle würde ich jetzt bewusst nicht wählen, weil die Situation, wo ich so etwas spiele, weil ich bin jetzt sowieso nicht so der Impuls-Fan, wäre ein Spitzenreiter oder halt eine hohe Dämmerung, wo ich das für Champions brauche und da finde ich halt die Bälle nicht mehr so gut, aber, wie gesagt, ist Geschmackssache, so, Demolierer und auch hier haben wir wieder adaptive Munition, ja, ähm, wobei wir natürlich jetzt dieses Season, Impulsgewehre ist halt für unaufhaltsame Champions, das heißt, da hättet ihr nicht so viel davon gegen den Champion, ihr hättet aber auch natürlich wieder was gegen die anderen Element-Schilder, wir hätten einer für alle, was auf jeden Fall ein dezenter Damage-Perk ist, Locken und Wechseln würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen, Rückholaktion auch nicht, ähm, dann hätten wir Vopal-Waffe, ja, wäre dann nochmal 20% mehr Damage und dann hätten wir Adrenalin-Junkie, was auch sehr nice ist, spiele ich zum Beispiel auf meiner Trichter jetzt sehr gerne, ja, ähm, das ist im Endeffekt Haudegen, also das funktioniert wie Haudegen, im Endeffekt, Kills mit dieser Waffe geben euch ein Stack und wenn ihr mit einem Granaten-Kill macht, bekommt ihr direkt einen Fünfer-Stack, so wie ihr das mit Haudegen, wie das mit Melee funktioniert und, ähm, diesen Perk mag ich sehr gerne, da wir halt sowieso sehr viel mit Granaten aktuell spielen, beziehungsweise wenn ihr halt mit Leere spielt, könntet ihr dann auf jeden Fall Adrenalin-Junkie nehmen und was hätten wir hier noch, Toben, Kills mit dieser Waffe verursamen, temporär erhöhten Schaden, dreimal stapelbar, hält 3,5 Sekunden an und ja, für 90% des Contents wäre das jetzt wahrscheinlich auch gut, jetzt kommen wir aber wieder zu dem Punkt, was ist, wenn wir das Ganze im Spitzenreiter spielen, im Spitzenreiter killt ihr einen Ad, so, dann habt ihr vielleicht mal Glück, dass ihr dann mit Toben noch einen Ad killen könnt, aber oftmals ist es so, dann kriegt ihr gerade einen Snipe ab oder einen Shot oder ihr werdet mit Granaten bespammt, seid dann erstmal wieder in Deckung, so, der Damage-Perk ist ausgelaufen, also zumindest Toben, deswegen bin ich kein Freund von Toben, zumindest nicht in solchen Sachen wie Spitzenreiter oder wo ihr halt irgendwo fast unterlevelt seid, da macht das für mich keinen Sinn mehr, ja, ich weiß, Toben ist in, wahrscheinlich sogar 95% des Contents in Destiny ist das absolut gut, weil ihr killt eigentlich immer so schnell Ad, dass ihr dann das Ding auch aufrechterhalten könnt für eine Zeit, aber ich spiele Toben schon lange nicht mehr, weil, wie ihr alle wisst, sowas wie Spitzenreiter, das ist halt eh der Content, den ich am liebsten und am meisten spiele und da gehe ich nicht mit Toben rein. So, dann hätten wir als nächstes, was hätten wir als nächstes, kurz und knapp, sehr, sehr geiles Impuls, sage ich euch jetzt schon, finde ich richtig geil und spiele ich auch richtig gerne, weil es ist halt auch der Archetyp, den ich halt bevorzuge, und zwar ein Schnellfeuergehäuse, 540er Feuerrate müsste das sein, ja, ganz genau. So, dann schauen wir mal. Da würde ich auf jeden Fall entweder die Prallgeschosse nehmen, was uns nochmal mehr Range und Stabilität gibt, oder die Großkalibergeschosse, was uns nur Reichweite gibt, was aber die Gegner auch wieder zurückstoßt, ja, also was den Flinch erhöht. Deswegen würde ich hier wahrscheinlich sogar für Großkalibergeschosse gehen, weil ich kann auf die Stabi verzichten, wenn ihr die Stabi noch haben wollt, könnt ihr halt Prallgeschosse nehmen und ihr wisst halt Prallgeschosse, die Schüsse prallen auf harten Oberflächen ab, ja, braucht ihr aber insogut wie kaum irgendwelchen Sachen im PVE, also wo wir das mal gemacht haben, in TSK zum Beispiel, also im Tiefstein-Crypto-Raid, wenn du Agent warst und du musstest dir selber in den Buff runterschießen, ja, da waren halt Prallgeschosse gut, sonst würde ich aber die Großkalibergeschosse bevorzugen oder sogar Panzerbrechende Geschosse, wenn das dann eine Waffe wäre, zum Beispiel für Antibarriere, was Impuls, aber glaube ich so gut, ich weiß, noch nie war, von daher wäre das nicht so relevant, aber es ist halt natürlich Panzerbrechende Geschosse, gilt ja dann auch für Elementarschilder, ist aber auch auf jeden Fall nicht so schlecht, gibt euch halt auch Range, so, aber ich würde hier auf jeden Fall Großkalibergeschosse nehmen, dann haben wir hier Überfluss, durch das Aufsammeln von Spezial- oder Schwerermunition wird diese Waffe über ihre normale Kapazität hinaus automatisch geladen, ja, das ist halt auch ganz nice, dann hätten wir Selbstladehalter, unaufhaltsam, brauchen wir ja nichts, Stats für alle, nein, Capitum Mobile, ja, das ist auch nicht schlecht, sorry, da würde ich wahrscheinlich, würde ich, würde ich Mobile nehmen, ja, oder, ja doch, Mobile, aufheizen, haben wir auch noch, ja, ist auch nicht verkehrt, aber ich würde wahrscheinlich das hier wählen, oder sogar Stats für alle, für PvE, ist wahrscheinlich sogar noch besser, ja, ist wahrscheinlich sogar noch besser, ja, da würde ich wahrscheinlich Stats, ich habe die selber noch nicht gecrafted, ich habe, ich habe einen Random Row, den ich, den ich spiele, und, den finde ich schon sehr gut, der müsste eigentlich, wenn ich mich richtig, im Sinne mit Aufheizen sein, dann würde ich im letzten, im letzten Perk Slot, würde ich hier dann nehmen, entweder Adrenalin Junkie auch wieder, ähm, ja, Adrenalin Junkie, that's it, Propalwaffe, ja, wäre auch okay, aber, wie gesagt, das ist im PvE, ist es eigentlich dann eh noch relevant, für Champions, weil auf Bosses schießen wir nicht, mit einer Primary, deswegen würde ich mich hier wahrscheinlich, für Adrenalin Junkie entscheiden, aber die, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Impulsgewehre, also spiele ich im PvE, habe ich ja vorhin gesagt, kaum, aber im PvP, spiele ich die halt sehr gerne, gerade die Rapid Fire, ja, und, ähm, da habe ich halt einen anderen Roll, deswegen, aber für PvE, würde ich euch sagen, Großkaliber Geschosse, ähm, Mobile würde ich tatsächlich nehmen, oder Überfluss, ja, wahrscheinlich würde ich sogar Überfluss bevorzugen, ja, also ich, ähm, wenn ich so recht überlege, würde ich Überfluss als erste Wahl nehmen, und Adrenalin Junkie, ja, das wäre, das wäre mein Roll, den ich da nehmen würde. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Impulsgewehr, das könnt ihr euch auf jeden Fall fertig machen. So, dann haben wir, äh, Syncope, 53, müsste ein Stasis Impulsgewehr sein, ja, und da haben wir, ähm, warum auch immer das jetzt hier so angezeigt ist, okay, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, lange, und zwar würde ich da auf jeden Fall schon mal Grabstein nehmen, für PvE, und ich würde wahrscheinlich Gesetzloser nehmen, ja, gebt euch ein bisschen schnellere Nachladetempo nach dem Prezikel, was heißt ein bisschen schneller, plus 63, und, ähm, weil sonst, was ich hier sehe, ist das alles eigentlich so für PvE, nicht das, was ihr haben wollt, ja, ja, okay, Sendmoment, da könnte man noch drüber nachdenken, aber braucht eigentlich kein Mensch, ähm, deswegen Gesetze, also hier würde ich auch nehmen, äh, Großkalibergeschosse, Gesetzloser und Grabstein, das wäre da meine Wahl, ja, so, gehen wir über zum nächsten, da hätten wir gezielte Befragung, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich euch vorhin gesagt habe, wegen adaptive Munition, so, gezielte Befragung, und zwar würde ich da nehmen, aller guten Dinge sind vier, und adaptive Munition, das wäre meine Wahl, ja, erstmal würde ich hier die Panzerbrechenden Geschosse nehmen, ja, wenn ich das Ganze jetzt auf, äh, für Champions bauen würde, dieses hießen, für Antibarriere, würde ich Panzerbrechende Geschosse nehmen, ich würde aller guten Dinge sind vier nehmen, ja, bei schnell aufeinanderfolgenden Präzisionsstreffern, werden zwei Geschosse ins Magazin zurückgegeben, und ich würde adaptive Munition nehmen, ja, weil dann habt ihr nämlich eine Waffe, die absolut strong ist, gegen Antibarriere Champions, die haut ihr sowas von schnell auf, mit dem Ding, mit Panzerbrechenden Geschossen, und adaptive Munition, das ist richtig, richtig krass, ja, es ist überhaupt nicht mal eine Feuerrate, das ganze Ding, das müsste eine 150er Feuerrate sein, ähm, macht mir persönlich nicht so viel Spaß, aber mit Panzerbrechenden Geschossen, und adaptive Munition, ist das ein absolutes Biest, gegen Champions, ja, so, dann haben wir Pistolen, empirischer Beweis, falsch, nicht, oder, achso, falsch geschickt, so, Pistolen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auf eine, ich bin auf eine Pistole eingespielt, sage ich jetzt einfach mal, und, ähm, diesen Platz kann auch keine andere Pistole verdrängen, und zwar ist das die Feierarm, das ist die Soros Schnellfeuer, die ihr von der Vorhut bekommen hattet, ähm, bis zur letzten Season noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob die dieses Season auch in der Vorhut-Rotation drin ist, ähm, ähm, ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl doch, die müssten, doch klar, die müssten eigentlich noch drin sein, ja, das ist auf jeden Fall meine Lieblingspistole, ähm, von daher, werde ich euch zu Pistolen nicht so viel sagen können, weil ich bin pistolentechnisch relativ unerfahren, sage ich jetzt mal, außer mal eine Stasis-Pistole, aber dann habe ich meistens die aus dem Eisenbanner genommen, ähm, für meine Stasis-Bilds, äh, von daher, trotzdem würde ich jetzt hier auf jeden Fall auch wieder Prallgeschosse oder Großkalibergeschosse nehmen, ich würde dann tatsächlich, wahrscheinlich würde ich da sogar mit Pulsmonitor spielen, also wenn ich mir jetzt hier so die Perks angucke, ja, Tunnelblick ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ich würde tatsächlich wahrscheinlich mit Pulsmonitor, Pulsmonitor finde ich persönlich eigentlich ganz nice, ich weiß, äh, das wird hier nie irgendwie angezeigt oder sowas, aber lädt automatisch das Magazin nach, um verbessert die Waffenhandhabung, wenn man verwundet ist, selbst wenn die Waffe verstaut ist, ähm, das finde ich persönlich schon ganz nice, ja, das kann einem schon mal so ein bisschen den Arsch retten, wenn ihr da irgendwie von, von irgendwelchen Redbar-Ads da, ähm, penetriert wird gerade, und ihr müsstet da nachladen, und dann ist das Ding nachgeladen, und dann kloppt ihr die mal eben schnell weg, ja, weil eine Pistole hat halt auch ein mega Time-to-Kill, ähm, von daher ist das eigentlich ganz nice. So, und dann würde ich das Ganze wahrscheinlich mit Urquelt spielen, ja, weil mit dieser Waffe erzielte Kills erzeugen Fähigkeiten Energie, und das synergiert halt sehr gut mit unseren ganzen Fähigkeiten, äh, Builds aktuell, ähm, natürlich hätten wir noch Haudegen, Haudegen ist auch ganz nice, spiele ich auf meiner Feierabend zum Beispiel, ähm, Adagio, bin ich jetzt nicht so der Freund von nach dem Besiegen eines Ziels, wird diese Waffe langsamer feuern, laden oder gezogen, und verursacht für kurze Zeit erhöhten Schaden, ja, das ist schon ein schöner Damage-Boost, warte mal hier, press X to expand, so das Sidearm, das sind plus 30%, ja, das ist schon ein ordentlicher Boost, sag ich mal, aber ich würde wahrscheinlich Urquell nehmen, ja, Urquell einfach darum, wenn wir dann unsere Granaten nicht vollkriegen, durch unsere Mods, wie auch immer, die wir gerade haben, würde ich das dann über Urquell ausgleichen, aber wie gesagt, Pistols, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin nicht so der Pistol-Spieler, so, dann hätten wir die Exo-MP, Osteo-Strieger, ich glaube, da können wir jetzt gerade eh nix sehen, oder, warte mal, was ist denn, wenn wir hier drauf gehen, ne, warte mal, Osteo-Strieger, ach, so, also die habe ich einfach auf Max Range gebaut, ja, da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drüber reden, ihr habt da eh nicht wirklich viele Varianten, ja, äh, verbesserte Geschosse rein, ähm, ähm, also ich habe, ich habe geguckt, dass ich auf, auf meine 100 Range komme, und den Rest habe ich dann in Nachladetempo gebaut, weil, ähm, ich finde, mit der MP Stubby ist halt wirklich komplett unnötig, da könnt ihr euch wirklich auf andere Sachen fokussieren, ähm, also wie gesagt, baut eure Range aus, und dann guckt, welcher Stat euch noch wichtig ist, ähm, außer Stabilität, weil Stabilität braucht ihr auf den Dingen nicht. So, das war die Strieger, was haben wir da noch? Wir haben da noch, natürlich die Unterwerfung, einfach mal die Meistervariante, ist ja total, so, und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, da wird jetzt jeder sowieso anderer Meinung sein, ja, ich, natürlich verbesserte Geschosse, sind wir uns wahrscheinlich alle noch einig. Auskommen, Auskommen spiele ich auch gerne, ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, aber es gibt Situationen, wo ich sagen muss, Auskommen ist halt nicht mehr so gut, und das ist halt eben zum Beispiel Spitzenreiter, weil wenn du Spitzenreiter mit einer MP schießt, oder spielst, ja, und da läuft gerade ein Major, den killst du vielleicht gerade mal mit deinem Magazin, das war es dann schon. Das ist natürlich, in anderen Content ist das anders, ja, aber da hättest du dann zum Beispiel mehr davon, wenn du halt Überfluss hättest, das heißt, ihr müsst da so ein bisschen, äh, situationsbedingt jetzt auch entscheiden, ja, spiele ich damit lieber diesen Content, oder möchte ich eine für diesen Content, oder ihr craftet euch zwei, ja, wenn ihr es machen würdet, aber ich würde persönlich, jetzt, wenn ich die zum Beispiel mit in den Spitzenreiter nehmen würde, für Überlader-Champions oder sowas, würde ich auf verbesserte Geschosse gehen, würde auf Überfluss gehen, und würde auch wieder auf Demolierer gehen, ja, das wäre meine Wahl, genau diese drei Perks, ja, verbesserte Geschosse, Überfluss, Demolierer. Ihr könnt natürlich auch Hauding nehmen, was ganz nice ist, ihr könnt natürlich auch Raserei auf der nehmen, was auch richtig gut ist, natürlich, keine Frage, aber ich persönlich, baue aktuell, oder spiele sehr viel auf meine Granaten, egal in welchem Build, sei es jetzt mein, mein Tanki Stasis Jäger, oder sei es jetzt mein, mein Void Warlock, ja, Granaten müssen immer präsent sein, und deswegen versuche ich auch so viel Granaten wie möglich rauszuholen, oder selbst, wenn es halt mal passieren sollte, dass ich durch meine Mods, durch mein Bild, etc., die Granate nicht wieder bekomme, dass ich dann was zum Ausgleich habe, und das wäre halt in dem Fall Demolierer, ja, also das wäre meine Wahl, verbesserte Geschosse, Überfluss, Demolierer, oder verbesserte Geschosse, Auskommen, Demolierer, das wäre meins, ja, aber, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne Raserei da spielen, Forensisches Grauen, es müsste eine Stasis MP, eine 600er sein, ups, ähm, Forensisches Grauen, warte mal, was habe ich denn gerade gemacht, ja, ist es, so, Forensisches Grauen, auch hier brauchen wir nicht lange weiter drüber reden, entweder Großkalibergeschosse, oder Prallgeschosse, und, ähm, ja, bap, 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 doch, hier müssen wir gerade bei einem gucken, was, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, ähm, Rarbräuber, ja, ist natürlich für hohen Content, ist das halt auch wieder Kappes, da könnt ihr das dann auch vergessen, ähm, unter Druck, also mehr, mehr Stabi, auf dem Ding braucht ihr eigentlich auch nicht, ja, da wäre im Endeffekt Mobile oder Aufheizen, ich würde wahrscheinlich Mobile nehmen, ja, wenn ich mir jetzt mal eben so begucke, ähm, würde ich da, wenn ich sie craften würde, würde ich Mobile nehmen, bin aber kein Fan von der MP, sag ich ganz ehrlich, weil ich finde das Scope total eklig, ähm, das muss aber jeder selber wissen, so, Großkalibergeschosse, Prallgeschosse, aufheizen, äh, beziehungsweise Mobile oder, und dann dazu Grabstein, ja, Killclip, für PVE finde ich es jetzt nicht so toll, weil auch das Fenster eben, wie gesagt, sehr kurz ist, und das ein Perk ist, den ich, wenn ihr dann das Ding dann irgendwie auf Spitzenreiter mit reinnehmen wollt, ist Killclip, also, persönlich, meine Meinung, Kappes so, und ich habe mittlerweile irgendwas um die 400 Spitzenreiter gelaufen, ähm, finde ich, äh, würde ich niemals spielen im Spitzenreiter, ja, aber das ist eure Entscheidung, wie gesagt, ich würde auch hier Grabstein nehmen, weil Grabstein ist für mich einfach ein super Perk, und der dann auch gleichzeitig noch eine super Symbiose für unser Stasisbild ist. So, gehen wir zu den Speziwaffen. Erlösung. Ja, jetzt kommt meine, also ich habe das jetzt, ich habe das mit einem sehr guten Roll bekommen, aber ich sage mal so, Pusionsgewehre, klar, kann man auf jeden Fall im PVE aktuell auch noch super spielen, ist aber natürlich jetzt eher wieder für die meisten PvP-technisch interessant, ja, das müsste, glaube ich, hier, was haben wir hier, ein Prezi-Gehäuse, ähm, ja, 740, ja, ist ein Präzisionsgehäuse, genau, Präzisionsgehäuse Stasis, ja, und, ähm, also für PvP, so wie ich das richtig einschätzen kann, wollen wir immer viel Range und Stabilität haben, weil Stabilität euch quasi passiv mehr Range gibt, weil ich glaube, der Spread der Projektile verhindert sich. So, das heißt, Projektionszünder, ich versuche jetzt einfach mal beim Fusi, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die PvP-ler unter euch, ob ich das so richtig machen würde. Ich würde da jetzt wahrscheinlich Projektionszünder nehmen, dann würde ich da drauf nehmen, ähm, Lass mich mal überlegen. Ja, Demolierer. Ruhige Hände ist glaube ich ganz nice, ja, einfach für den, für den schnelleren Waffen-Swap, und, ähm, ne, keine Ahnung, lassen wir mal, lassen wir mal. Gehen wir mal über zum PvP, äh, zum PvE, ähm, da würde ich tatsächlich beschleunigte Spulen wahrscheinlich nehmen, weil einfach, kretzigerweise eh schon so viel Charge-Time hat, deswegen dann beschleunigte Spulen, wenn ihr das jetzt einfach für X-Clay nehmen wollt. Ich würde auch da wieder Demolierer spielen, oder halt, ähm, eingekesselt, finde ich auch nochmal ganz nice, ja, dass ihr nochmal mehr Ladezeit bekommt, wenn ihr eingekesselt seid. Und, äh, umzingelt ist sehr nice, weiß ich gar nicht, warum das so viele, äh, warum das hier überhaupt nicht, also zum Beispiel auf meiner Ecolos MP habe ich immer umzingelt gespielt, mit umzingelt Speck, das ist richtig, richtig geil. Oder halt Adrenalin-Junkie, ja, also meine Wahl wäre hier wahrscheinlich, ich würde eine, ich würde beschleunigte Spulen spielen, ich würde Demolierer spielen, und ich würde Adrenalin-Junkie spielen, ja, das wäre meine Wahl. Ja, Chill-Clip, was war das nochmal? Direkt treffen wir da oben. Ziele in der Nähe verlangsamen, ja, gut, ist jetzt vielleicht ganz witzig mal für PvE, aber das wäre meine Wahl, ja. Beschleunigte Spulen, Demolierer, und Adrenalin-Junkie. So, dann, äh, was haben wir hier? Ziemlich verdächtig. Und das war, glaube ich, dieses krank schnelle Fusi, ja, das müsste das sein. Das habe ich ganz am Anfang der Season, habe ich das mal ein bisschen gespielt, ziemlich verdächtig, was habe ich falsch gemacht? So, ziemlich verdächtig, genau, Schnellfeuergehäuse, ja, das heißt, wir haben, äh, was haben wir für eine Ladezeit? 460, genau, so. Und da würde ich natürlich dann auch, also entweder, was ja auch immer ganz gut ist, ihr könntet halt was nehmen, was, ähm, euer Magazin erhöht, ja, wie eine verbesserte Batterie, ja, habt ihr halt einen Schuss mehr, oder halt beschleunigte Spulen, was euch nochmal, weniger Chargezeit gibt, dann würde ich hier im PVE spielen, wahrscheinlich Mobile, ja, das würde ich wahrscheinlich nehmen, und ich würde, Urquell auch nehmen, ja, ich würde da auch Urquell nehmen, oder halt erfolgreiches Warmlaufen, ja, was dann auch nochmal, was dann richtig krass ist, Fast, 50%, schnellere, schnellere Ladezeit, das ist natürlich dann auch richtig, richtig krass, ja, also wahrscheinlich würde ich einfach, Just for Fun würde ich das nehmen, weil es sich wahrscheinlich mega sick anfühlt, mit erfolgreiches Warmlaufen, ja, das, ähm, das wäre dann, glaube ich, meine Wahl, ja, ja, aber wie gesagt, hier, ähm, Urquell, auch geil für die Fähigkeiten, aber wie gesagt, Fusionsgewehre, nagelt mich bitte nicht drauf fest, da sage ich ganz ehrlich, da sind meine Kompetenzen, ähm, alles andere als, also da bin ich mir alles andere als sicher bei Fusionsgewehren, außer natürlich jetzt sowas wie, ihr habt ein Fusionsgewehr mit Speichersalve, ja, da ist natürlich dann klar, dass wir sowas, also Fressrausspeichersalve, die, ähm, die, die Kombination auf Fusionsgewehren, wie es zum Beispiel, äh, ach, wie hieß nochmal das Ritual-Fusi hier, ich komme jetzt gerade nicht drauf, das leere dringen, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wisst, was ich meine, auf jeden Fall, äh, da hätte ich natürlich, wenn es jetzt so hätte, würde ich euch das natürlich empfehlen, aber so, bei diesen ganzen anderen Fusi-Perks, da bin ich raus. So, die Gläfen. Kommen wir zu den Gläfen und da kann ich nur was zu der Warlock-Gläfe sagen. Und ich werde da jetzt erstmal bewusst nichts zu den Perks sagen, weil ich bin da selber noch am, ähm, ausprobieren, ja, aber ich sehe vieles anders, wie, ähm, wie das manche tun. Bei den meisten Videos, die ich gesehen habe, da sagen alle Leute, die Gläfe ist scheiße. Ah, hier, restauratives Geschütz. Nutze vor dem Abfeuern deine vollständig aufgefüllte Waffenenergie, um mit deinem nächsten Schuss beim Aufprall ein heilendes Geschütz zu erzeugen. Oh, das ist ja jetzt gebufft worden. Also, ihr braucht jetzt nur noch vier Schüsse und ihr habt eine volle Gläfenladung. Das ist schon mal Punkt eins, ja, also, das war der Buff. Der Nerf für die Gläfen war, dass ihr jetzt Energie haben müsst, damit ihr den Unterdrücker-Mod porten könnt, ja. Also, ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht mehr auf dem Jäger einfach die ganze Zeit mit Millis rumlaufen und alles unterdrücken und nach dem Kill wieder unsichtbar werden. Das geht nicht mehr so ganz, äh, sondern ihr müsst jetzt Energie aufbauen und dann könnt ihr halt mit einem Schuss oder mit einem Millis, wie auch immer, könnt ihr dann unterdrücken. So, und jetzt muss man mal überlegen, wir haben da eine Waffe, die keine Munition braucht, um damit zu schlagen und einen dezenten Damage macht. So, Punkt eins. Dann haben wir eine Waffe, die auf Range erst mal für Unaufhaltsame ist, ja, das heißt, ihr könnt Unaufhaltsame damit unterdrücken, ähm, also beziehungsweise ihr könnt sie damit stunnen und ihr könnt Gegner unterdrücken, ja. Unterdrücken bedeutet ja, dass ein Gegner nichts mehr macht, ja, er kann keine Fähigkeiten mehr benutzen und alles außer Bosse machen dann eh nichts mehr, ja, also wenn ihr Bosse habt, gewisse Bossgegner, ähm, die hauen euch dann noch oder die schießen dann mit ihrem normalen, mit ihrem normalen Autohit, sag ich jetzt einfach mal, auf euch, aber die benutzen keine Fähigkeiten mehr, ja, und alles andere darunter macht eigentlich gar nichts mehr, ja, das heißt, ihr könnt auf Range, ähm, sagen wir zum Beispiel, gehen wir mal aus von dem Beispiel, ihr müsst einen Orb, ihr müsst irgendwo einen Orb einsammeln, ja, ihr habt irgendwo, in irgendeiner Aktivität liegt irgendwas, das müsst ihr einsammeln, so, euer Mate rennt los und davor steht irgendein Mistvieh, was ihn auf jeden Fall töten würde, ja, zum Beispiel auf einem Spitzenreiter oder sowas, sondern schießt ihr ihn einfach an, der kann es aufheben, ohne Probleme und kommt damit zurück, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, hört sich jetzt natürlich blöd an, aber ihr könnt auf jeden Fall auf Range unterdrücken und könnt damit gewisse Situationen entschärfen und jetzt kommen wir zu dem Geschütz, das Geschütz, ja, ihr müsst vier Schüsse landen, was jetzt nicht wirklich schwer ist mit einer Gläfe, dann habt ihr eine volle Ladung und könnt durch das, ähm, halten der Nachladetaste, war es glaube ich, ändert ihr dann den Modus und könnt dann das Geschütz irgendwo hinschießen. Das Geschütz funktioniert quasi wie die Tüftlerstiefel vom Warlock, da steht ein Geschütz und schießt Nobelgeschosse die ganze Zeit auf eure Mates und auf euch und die Kadenz, also die, die, ähm, Frequenz davon, wie die, wie die halt rauskommen, die ist auch relativ hoch, finde ich und die Range ist auch relativ okay, also ich habe das ausprobiert und ich finde, das ist eigentlich ganz naif, also ich finde, die, die, die Warlock-Läfe, ja, das ist die einzige, wo ich mir jetzt erstmal ein, ähm, ja, ein Urteil zu erlaube, sag ich mal, finde ich nicht so kacke, wie viele da sagen, ja, jetzt sagen viele wieder, Exoslot, Slot gewastet und dies und das, Ananas, ja, irgendwas, wastet halt immer den Exoslot oder nicht wastet, aber belegt den halt, ja, und ich finde jetzt tatsächlich, dass diese Gläfe nicht die schlechteste Variante dafür ist, aber gut, das ist meine Meinung dazu, ich habe es halt, wie gesagt, ein bisschen ausprobiert, habe damit ein bisschen rumgespielt, das muss natürlich jeder selber wissen, und das wollte ich nur mal eben dazu gesagt haben, so, dann, ähm, Granatwerfer, ach, jetzt will ich schon Granatwerfer dahin schreiben, ähm, da haben wir einmal die Nachsicht, ja, das ist der Raid Granatwerfer, so, und da brauchen wir jetzt auch nicht mehr lange drüber reden, das geht jetzt hier rucki zucki, ja, da wollen wir auf jeden Fall, wie es hier auch schon, die Smart Drift Steuerung, ich würde da auch wieder die harten Schüsse nehmen, ja, ich würde, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sogar eher die, Impulsivgeschosse nehmen, ähm, ah, jetzt, Moment, nee, warte mal, ich habe hier Geschwindigkeit Nachladetempo, Geschwindigkeit Stubby, nein, okay, die, 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 die Hochgeschwindigkeitsgeschosse, die hat es gerade vertauscht, so, dann, unnachgiebig, ja, jetzt sagen natürlich viele unnachgiebig und Kettenreaktion, ist eine geile Kombination da drauf, weil, ja, Kettenreaktion killt die Ads und dadurch pockt ihr dann unnachgiebig, aber, wir haben den Seelentrinker drauf, gewährt Gesundheit basierend auf der Anzahl der Treffer vor dem Nachladen, ja, das heißt, wenn ihr dann die Gegner killt, ja, dann müsst ihr ja sowieso nachladen, dann haltet ihr euch halt auch, deswegen könnt ihr unnachgiebig erstmal zur Seite schieben, ja, dann hätten wir Ursprung, wird das Magazin aus den Reserven nachgeladen, ja, ist dann halt den einen Schuss, den ihr bekommt, könnt ihr eigentlich auch knicken, Stats für alle, könnt ihr auch knicken, ambitionierte Assassine, ja, das ist das, was ich nehmen würde, überlädt das Magazin basierend auf der Anzahl Rabida Kills vor dem Nachladen, das heißt, ihr habt dann zwei Granaten drin, das Ganze kombiniert mit Kettenreaktion, sorgt halt dafür, dass ihr das auch öfter prockt, von daher wäre hier meine Variante Hochgeschwindigkeitsgeschosse, dann den ambitionierten Assassinen und dazu die Kettenreaktion, ja, Seelentrinker, wie gesagt, habt ihr drauf, wenn ihr dann nach Kills nachladet, bekommt ihr Gesundheit wieder, und das Ganze ist halt ein, ein Wellengranatwerfer, ja, das heißt, ihr schießt vor euch auf den Boden, und der macht dann halt diese Welle, ja, das heißt, ihr müsst da nicht direkt auf die Gegner mitschießen, so, dann hätten wir Explosive Natur, das müsste auch ein Wellengranatwerfer sein, mit Solar, glaube ich, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe, Explosive, ach nee, warte mal, Explosive, Explosive Natur, da haben wir es, oh, das ist das Rezept, das wollen wir nicht, ähm, Explosive Natur, ach Leute, was ist denn los hier, Explosive Natur, so, und da gucken wir mal eben fix drüber, was hätten wir da, ähm, hier haben wir gerade drüber gesprochen, ja, ich würde harte Schüsse nehmen, Hochgeschwindigkeitsgeschosse nehmen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ist ganz nice, ja, wenn ihr umzingelt seid, könnt ihr dadurch dann auch schneller nachladen, dann haben wir hier ansonsten auch noch auf alles gefasst, ja, wenn man sich duckt, was halt schön ist, ähm, nee, nee, okay, ist egal, Quatsch gesagt, dann Selbstladehalter, bin ich persönlich, ist mein Favorit, ja, weil ich dann auch viel, ich schieße mit einer Primary, mit einer Heavy, etc., pp, in der Zeit hat sich das Ding wieder nachgeladen, da müsst ihr das nicht selber machen, und, ähm, das wäre jetzt also meine Wahl, und, dann hätten wir dazu, einmal Störfaktor, wichtig, zerstörst du ein Fallenschild, mit dieser Waffe sind sie für kurze Zeit anfällig für Kinetikschaden, ja, seht ihr da 50% Kinetik Damage, Debuff, also quasi ein Buff, und das ist richtig, richtig geil, ja, weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Dämmerung spielt, oder sowas, passgenaue Schilde, ihr schießt dann, ja, das Schild wird zerstört, und eure Mates, die jetzt zum Beispiel irgendwie, eine Kinetik Fusi spielen, oder eine Kinetik Sniper, machen massiv mehr Schaden, an dem Ad, oder an dem Major, wie auch immer, deswegen finde ich diesen Perk ganz nice, ja, aber nur situationsbedingt, dann hätten wir hier unnachgiebig, ja, hier könnte man das tatsächlich spielen, unnachgiebig, ähm, dann hätten wir Raserei, was auch nochmal ganz nice ist, Dreispitz bin ich, wie gesagt, nicht der Fan von, und einer für alle, was auch gut ist, weil das Progg meistens eh, gerade bei einer Wellenform, ich schieße es auf den Boden, wenn da die ganzen Ads rumlaufen, und ihr habt halt den Buff aktiv, ja, das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, da kann ich euch jetzt nicht sagen, das ist das Nonplusultra, also Hochgeschwindigkeitsgeschosse, Selbstladehalter, wäre meine Wahl, und ich würde wahrscheinlich sogar unnachgiebig spielen, ja, einfach, dann habe ich zwar ein bisschen weniger Damage, aber ich heile mich halt durch, durch Multikills, und das wäre ganz nice, weil wir dann auch noch Landpanzer haben, mit dieser Waffe erzielte Todesschüsse, gewähren erhöhte Belastbarkeit, und zusätzliche Schadensresistenz gegen Kämpfer, haben wir vorhin drüber gesprochen, ja, das heißt, durch Kills werden wir Tankier, und wir heilen uns, was dann gerade für höhere Aktivitäten, eigentlich ziemlich geil ist, das wäre meine Einschätzung dazu, so, Schrotflinten, Ragnild, da sage ich mal gar nichts zu, das ist wieder PvP-Gedöns, da halte ich mich raus, Scharfschützengewehr, Vater Sünden, da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich noch nicht ein einziges Mal gespielt, deswegen werde ich da jetzt nicht sehr viel zu sagen, außer wir gucken uns halt eben die Perkombination an, die die Waffe haben kann, und da hätten wir auf jeden Fall dreifach, so dreifach wäre es auf jeden Fall bei mir, und da könnte mir tatsächlich überfokussierte Raserei nachdenken, bei einer Sniper geht das, alles andere wird für mich, für PvE auch keinen Sinn machen, ja, also das wäre bei mir verbesserte Geschosse, dreifach, beziehungsweise ein vergrößertes Magazin, wegen dreifach, warum war es hier, vergrößertes Magazin, dreifach, und dann fokussierte Raserei, ja, jetzt kommen wir aber zu einer anderen Scharfschützengewehr, was ich sehr gerne spiele, und das ist die gedankenlos, die habe ich jetzt allerdings eher so ein bisschen für PvP gespielt, aber da hätten wir dann auf jeden Fall, nee, das, nee, nee, Quatsch, die habe ich nur im PvP gespielt, deswegen kann ich da nichts, also Schützenlinie auf jeden Fall für PvE, gebt euch 20% mehr Damage, ja, Grabstein ist jetzt auf einer Spezi nicht so toll, weil gerade ein Scharfschützengewehr benutzt ihr jetzt nicht irgendwie für Adclear, das heißt, hier wäre entweder auch fokussierte Raserei oder Schützenlinie, alles andere würde ich da persönlich nicht wählen, und dann hätten wir hier Überfluss, was auf jeden Fall ganz cool wäre, und vielleicht unter Umständen noch, ja, vielleicht noch Schnelltreffer, ja, aber, das wäre es dann, also ich spiele das halt nur PvP, deswegen da habe ich das halt mit Sparks. Jetzt muss ich euch aber ganz kurz, welche Scharfschützengewehr, das wollte ich jetzt eigentlich hier noch nicht rannehmen, weil wir jetzt erstmal nur über die gecrafteten Waffen gesprochen haben, und die haben wir jetzt durch tatsächlich, ich möchte euch aber noch ganz kurz, das Scharfschützengewehr meinte ich, ja, und zwar die Fuge 55, wie auch immer das Ding dann ausgesprochen wird, Fuge, Fuge ist es bestimmt nicht, Fugen sind bei Fliesen oder sowas, ja, da habt ihr eine Fuge, so, und zwar, aller guten Dinge sind 4 und Schützenlinie, ja, das wäre da auf jeden Fall der Godwall für, ja, das ist für maximal Damage, geht ihr da auf, aller guten Dinge sind 4 und Schützenlinie, ja, das kann ich euch nur empfehlen, aber wie gesagt, das sind, das sind jetzt erstmal die anderen Waffen, ähm, so, ja, ich hoffe, das war jetzt natürlich viel Gelaber, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback zu gebt, ob ihr das, ähm, ob ihr das jetzt okay fandet, so, ja, weil, das habe ich jetzt das erste Mal so gemacht, dass wir das jetzt einfach nur so in der Theorie hier runtergebrabbelt haben, ja, ähm, würde ich natürlich jetzt hier dazu, ja, Waffe, äh, Gameplay hätte zeigen müssen, dann wäre das Video, wird das dann irgendwie bis heute Abend gehen, und ihr könntet euch dann da irgendwie 4 Stunden vorsetzen, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so, wir gehen einfach über die Perks, weil ich jetzt die Möglichkeit habe am PC, auf der Play, sie hatte ich das nicht, deswegen habe ich es da auch noch nicht gemacht, ähm, ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn ihr Feedback da lasst, in den Kommentaren, ob das so okay für euch ist, ich gucke noch, dass ich die, ähm, dass ich hinterher noch Timestamps hinzuführe, für jede einzelne Waffe, das wird ein bisschen dauern, weil ich muss mir das dann alles angucken, genau gucken, bei wie vielen, äh, Minuten das dann anfängt und so, ähm, das versuche ich aber noch einzuführen für euch, ansonsten, ähm, ja, ich hoffe euch hat Spaß gemacht, ähm, ich hoffe ich, das hat euch ein bisschen geholfen, weil ich habe es jetzt, heute habe ich es auch wieder gelesen, ey, mach doch mal, ähm, Video über die Waffen, die man halt craften kann, was du dazu sagen würdest, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, machen wir das einfach mal, setzen wir uns einfach mal da ran, dann wie gesagt, was ich auch immer am Anfang sage, Triggerwarnung, wir sind da sicherlich mal anderer Meinung, weil es kommt halt auch immer darauf an, was ihr für ein Content spielt und wofür das Ganze ist, da können sich, da können die ganzen Sachen schon variieren, ich habe das immer wieder in meinen Videos gesagt, es gibt keinen Roll, diesen einen God-Roll für alles, wenn ihr manchmal irgendwas, wenn ihr Solo einen Dungeon spielt, ja, oder wenn ihr einen Spitzenreiter spielt, oder wenn ihr einen Low-Man-Rage spielt, ja, da kommen manchmal Perks zustande, die, wo man so vielleicht in erster Instanz gar nicht dran denken würde, ja, deswegen sage ich es immer wieder, ihr müsst die Perks auch ein bisschen eurer Spielweise und eurem Content anpassen, dieses eine, was jetzt hier zum Beispiel, wenn LightGG sagt, nimm dies, nimm das, nimm das und das, ja, für die vier Slots, dann bin ich der andere Meinung, ich finde, das kann man so nicht sagen, ja, sicherlich ist für den leichteren Content, sage ich mal, wenn ihr jetzt irgendwie ein ganz normales Strikes spielt oder so, da ist das eh alles hinfällig, weil da könntet ihr eigentlich alles spielen, natürlich versucht, will man da auch das Beste rausholen, ja, macht ja auch Spaß, aber vom Prinzip her, wisst ihr, was ich meine, ja, da würde erstmal alles funktionieren, auf irgendeine Art und Weise, deswegen, fühlt euch da nicht zu sehr getriggert, wenn ich da irgendwo anderer Meinung bin, oder wenn ich was gesagt habe, was euch nicht passt, das ist meine persönliche Einschätzung dazu, so wie ich das auch letzte Season schon gemacht habe, in meinen Waffen Reviews, und das wird auch so beibehalten, ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, ich werde gucken, dass ich heute Abend auf jeden Fall live gehe wieder, wenn ich es schaffe, dann, wir wollten ja noch ein bisschen Spitzenloot zusammen machen, hier so Urquell 1580, gucken wir mal, dass wir es heute hinkriegen, gestern haben wir eine Mutprobe gemacht, ja Leute, das war es von mir, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot, und bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao!